Der wütende Drogenbaron ertrank allein Das klingt wie ein Gedicht Wenn du das sagst Ich war nie so der große Leser Wie bist du überhaupt an Martin Lee gekommen? Ich bin der Beste Ich gehe torsieren Man kommt zu mir Wird der Tombstone tagelang prügeln Ohne dass er es spürt Ob die Gegendroge wohl wirken würde? Jungs, dann los doch Weißt du noch unser letzter Tanz Ist dein Kind wieder in Ordnung? Es zieht wenn es regnet Sonst super Etwas du fragst Magst du mein neues Produkt? Es heißt Grabesstaub Hast du den Namen von deiner Marketingabteilung? Ich bin die Marketingabteilung Oh, bin geschmeichelt Aber dieses Ausnutzen von Light Ist nicht so mein Ding Ich bin die Marketingabteilung Ich bin die Marketingabteilung Ich bin die Marketingabteilung Braucht ihr einen guten Dermatologen? Nur mal so Ich bin die Marketingabteilung Weg! Ah Mensch! Nicht zu viel Ich bin die Marketingabteilung Ich bin die Marketingabteilung Das ist das letzte Mal, dass du dich anwählst. Er ist in der Luft, schief! Hey, du willst nicht zufällig Pause machen, oder? Oh, Lonnie. Ralf? Hast wohl Sport geschwänzt? Er wird langsam fast geschafft. Er wird langsam fast. Hm, das sieht auch recht erfolgreich aus. Ja, musst du denn gleich schon wieder übertreiben? Oh, weißt schon, Partikel-Entblockungsmittel. Das übliche. Er ist erschöpft. Beenden wir es! Meine Zunge ist komisch. Soll meine Zunge komisch sein? Oh, ja, absolut. 100% normal, glaube ich. Hoffentlich tust du irgendwann mal was Gutes, Lonnie. Eine Suppenküche leiten, oder sowas. Ha, erst wird so beknetet, Brin. Aber genauso mag ich es eben. Toller Kampf, tolle Herausforderung. Wir beide sind so unterschiedlich. Jawohl! Also sind deine Tage als irrer Drogenbaron gezählt? Bitte? Bitte! Ja, fürs Erste. Aber war echt der Hammer. Das sehe ich anders. Das ist neu. Man darf wohl nicht hoffen, dass du es jetzt ruhiger angehst als, naja, Sterblicher? Keine Chance. Die Gefahr macht es nur noch besser. Krasser linker Haken. Freue mich auf den Rückkampf. Lass mal. Ich mag dich. So, jetzt hat er nichts mehr, womit er sich verstecken kann. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Wo ist er denn jetzt? Wo ist er? 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 Wo ist er?